Der war kein Ohm. 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 Oh, oh yeah Oh baby, wanna dance wanna dance wanna dance oh baby, wanna dance wanna dance So Leute, das war der letzte Song. Das fühlt sich fast so an, als werdet ihr erlöst. Ich brauche ein bisschen mehr Ekstase. Bring it down a little bit. So, wenn ich sage, das ist der letzte Song, muss ich mal kurz Traurigkeit hier breitlegen. So, ich sage es nochmal. Also Leute, das ist schon der letzte Song. Ja, genau, so muss es sein. Ihr seid traurig, dass der Abend bald vorbei ist und wir bald heimgehen. Aber vielleicht machen wir nur eine Zugabe. Oder auch zwei. Der Scheiß klappt immer bei euch. Nein, super. So, wir möchten natürlich Dank sagen dem Haus hier. Das ist der Christian, der Erik, die Emily, der Tan, Christoph, Olli. Das ganze Team hier vom Haus, vom Loft. Das ganze Team. Es war heute so lecker. Ein riesen Applaus für das Team vom Loft. So, und dann, wer steht denn morgens von euch um sieben Uhr auf? Mal so gefragt. Oh, Birgit, du doch nicht. Das stimmt doch gar nicht. Dein Mann erzählt mir immer was anderes. Um sieben Uhr, ja, haut der Steffen bei der Loft Soul Night Facebook-Seite. Wer ist, wer hat unsere Seite geliked? Loft Facebook-Seite. Oh, das sind auch nicht viele. Steffen, da müssen wir was machen. Also, wir sind auf Facebook, der Loft Soul Night. Und der Steffen haut jeden Morgen um sieben Uhr ein neues Video raus. Und hier ist er für euch. Ein riesen Applaus an der Kamera. Video, Videoschnitt. Steffen Jung. Aber hör mal. Noch viel geiler als die Videos. Die kenn ich ja eigentlich schon. Das ist ja eigentlich, was der Steffen dazu schreibt. Was hast du halt morgen geschrieben? Ich weiß gar nicht mehr. Unfassbares Zeug. Und dann, ihr seht es überall, DJ Elmer Federkall im Haus, ne? Hier. Nächste Woche, Freitag. Nächste Woche, Freitag. Freut ihr euch schon? Ja. Kommt ihr auch alle? Ja. Wisst ihr, wo es ist? Ja. Deutscher Brinke, mittendrin. Am Theater. Im Kunstherz. Das ist so eine schöne Location. Und ich sag's euch jetzt schon gleich. Der Laden, der bricht auseinander, wenn ihr alle kommt, ne? Seid früh da. Um 19 Uhr geht's nämlich schon los. Mit dem Warm-Up. Und ab 8 Uhr wird's richtig geballert. Ja? Also seid früh da. Erkämpft euch einen Platz. Und da gehen wir richtig steil. Habt ihr Bock, nächste Woche? Nein, das ist nicht alles. Nein, 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 nein. Moment. Wenn ich sage, habt ihr Bock, nächste Woche, brauche ich Ekstase. Habt ihr Bock, nächste Woche, am Freitag? Ey, Philipp, kommst du eigentlich an? Weckst du auch, am Freitag? Ja. Muschig, ach schick. Ach, gut, schade. So, und jetzt zur Band. Er kommt aus Luxemburg. Spielt fam. Unfassbar sensationell Bass. Hat ein Riesenboard dabei. Zwei-stöckig, dreistöckig. Ein Riesenapplaus. Arm, Bass. Sebastian Schlappe-Flauch. Nein, das ist nicht genug, Sebastian Flach. Geiler Typ. So, er ist mit Abstand der Jüngste in der Band. Er kommt aus Köllerbach, spielt die Gitarre und fahrt fast sensationell. Ein Riesenapplaus für Phil Hergens. Obwohl, mit Abstand stimmt ja nicht, wie du Jäger. Ja, alte Vorredner. Er kommt aus Mainz, spielt für euch das Keyboard. Siegt phänomenal. Der unglaubliche, sensationelle Kai Wehrs. Aus Mainz. Und jetzt mit Abstand der Jüngste. Ey, wie alt bist du eigentlich, du Fochel? 25, ist er. Leck mich am Arsch, könnte ich meinen Pupsen. 25. Der unfassbar sensationelle, aus der Brücken stammte Justin Hajo. Ja, ja. Heute zum ersten Mal. Poser. So, gestern Mittag um 12 Uhr, wusste sie noch nicht, dass sie heute Abend hier ist. Sie hat alles möglich gemacht. Ersatzwagen, Kinder geparkt, Hund geparkt. Und heute ist sie hier, aus Wiesbaden, die wunderbare Dorothea Winter. So, Leute. Nächsten Monat, nächsten Monat sind wir wieder da. Und zwar am, wer weiß, ich glaube, um den 24. Nee, wann ist es? Wann ist es? Am 17. Danke, Heike. Ich wusste noch, dass ich dich verlasse. Also, ich weiß nicht, was ich hier bin. Also, am 17., am 17. sind wir nochmal hier. Und ich kann jetzt schon sagen, wer kommt? Es kommt, äh, ah, genau. Aquila Fearon aus London. Aus London kommt sie hierher. Aquila Fearon ist hier. Und, wer kommt noch? Äh, wissen wir was? Warte, ich muss um mein Handy gucken. Warte, ich weiß noch nicht genau. Warte, 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 warte. Nachmittag wusste ich es noch. Okay, und während der Elmar nachguckt, muss ich ja auch noch den Elmar vorstellen. Wer kennt denn den Elmar? Ah, ich weiß noch, wer kommt. Warte, 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 ganz kurz. Ich weiß, wer kommt. Er, aus Wiesbaden. Er kommt aus Wiesbaden. Will G ist in der Haus. Will G. Der lebt. Also, am 17. sind wir wieder hier. Kauft Tickets im Online-Shop. Auf Federkeile.eu, da freuen wir uns her. Der geht nämlich jetzt, der Ticketshop. Endlich, finally. Okay, so, und jetzt, äh, macht's gut, oder? Wollt ihr noch eine Zugabe? Keine Ahnung. Ihr müsst noch einen Riesenapplaus für den Elmar hier abliefern, der uns alle zusammenholt. Er ist alles organisiert. Schlagzeug spielt DJs Entertainer. Geben wir noch von Mr. Elmar Federkeil. Geben wir noch einen Riesenapplaus für den Elmar hier abliefern, der uns alle zusammenholt. Geben wir noch einen Riesenapplaus für den Elmar hier abliefern, der uns alle zusammenholt. Ich gl duscheibe in einem Riesenapplaus für den Elmar hier abliefern, der uns alle zusammenholt. E países sind die त spheres in den Elmar dieser Danke schön!